Fünfter Satz, Entscheidungs-Satz zwischen Tomasz Kapoczynski, der hier schon mit 0 zu 2 Töten war, gegen den dreifachen eurischen Rentschuhmeister, Benjamin Rösner. Gute Aufschläge und dann voll durchschlagen, das ist das Konzept von Kapoczynski. Rösner muss ihn auf die Vorhand erwischen, der Rückhandblock steht. Applaus 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 Ja, schau! Ja, schau! Vielen Dank. Applaus 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 Am Tisch 1 spielt jetzt Berg gegen Geist.